Was ist Atlassian-as-a-Service und was beinhaltet es und was bringt es für Sie? Atlassian-as-a-Service ist für uns ein Angebot, in dem wir Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie eine Palette von Produkten auswählen können und diese werden wir dann für Sie installieren und die Konfiguration vornehmen. Welche Produkte beinhaltet das Atlassian-as-a-Service? Es ist einerseits eine Team-Kolaborationsplattform, um ein Wiki oder ein Internet aufzusetzen, das weitere Ticketing-System für das Team innerhalb Ihres Unternehmens und außerdem noch Service-Test-Möglichkeiten und eine Source-Code-Verwaltung für Entwicklungsteams. Welche Vorteile bieten das Atlassian-as-a-Service? Sie müssen sich nicht um den Betrieb kümmern, sondern wir übernehmen die Verantwortung von Installation, Konfiguration und Wartung. Sie haben keine Beschränkungen, wie das derzeit vorhanden ist auf der Atlassian-Cloud, die Atlassian an sich anbietet. Das heißt, Sie haben unbeschränkte Benutzanzahl und unbeschränkte Speicherkapazitäten zur Verfügung. Außerdem können wir alle Plugins verwenden, sprich alle Erweiterungsmöglichkeiten, die es auf dem Marketplace für Atlassian zur Verfügung gibt. Weitere Vorteile wird noch mein Kollege Christian erklären. Im Gegensatz zu vielleicht, wenn Sie das selber hosten würden in Ihrer Firma, haben Sie jetzt in Zukunft dann die Möglichkeit, die neuen Features, die rauskommen, gleich zu nutzen. Das heißt, Sie machen sich mit uns aus, zum Beispiel, dass wir viermal im Jahr ihr Softwarepaket auf den neuesten Stand bringen, dass Sie immer die neuesten Features nutzen können. Auf der anderen Seite kümmern wir uns auch an das Lizenzmanagement. Das heißt, dass die Produkte immer lizenziert sind. Da müssen Sie sich nicht Deadlines setzen und schauen, ob das passt. Das machen wir. Und wir schauen auch außen herum, dass die Performance passt, dass die Konfiguration passt, dass die Sicherheit von diesen Instanzen passt. Das heißt, Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, wenn Sie als IT-Team wenig Zeit haben, bietet das eine gute Ergänzung. Oder wenn Sie ein Business-Team sind, was keine IT hat oder ausgelagerte IT oder der IT hat wenig Zeit. Genau, können Sie über Atlassian as a Service haben die Möglichkeit, eben schnell und einfach die Tools zu nutzen, ohne dass Sie sich um das rundherum kümmern müssen. Gehostet ist das Ganze bei AWS, bei Amazon in Frankfurt, in Deutschland. Das heißt, es ist innerhalb der EU und da werden auch alle Richtlinien erfüllt.